Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 des Podcasts der Atlantischen Akademie Amerikas Verfassung, Politik und Gesellschaft in den USA. Mit dabei sind David Sirakow und Sarah Wagner. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit zwei Themen, und zwar mit der geplanten Gewerkschaftsgründung bei Amazon und mit Wahlrechtsreform in den US-Bundesstaaten. Bevor wir uns diesen Themen widmen, geben wir euch noch einen Ausblick auf unsere kommende Veranstaltung und besprechen zwei News-Stories, die wir in den vergangenen Wochen besonders spannend fanden. Wie wir ja wissen, sind die Entwicklungen in den USA sehr schnelllebig, daher hier noch der obligatorische Hinweis, dass wir diese Folge am Morgen des 31. März aufnehmen. Das Housekeeping ist heute kurz und knapp, denn auch die Akademie freut sich sehr auf eine kleine Osterpause. Unsere nächsten Veranstaltungen erwarten euch dann aber wieder ab Mitte April. Hier schon ein kleiner Teaser. Am 15. April wenden wir uns amerikanischen TV-Serien zu, die sich mit Politik befassen. Die Journalistin Vanessa Schneider und die Amerikanistin Dr. Maria Solimmer werfen einen Blick darauf, wie serienpolitische Phasen in den USA verarbeiten und wie sie damit Auskunft über den Zustand des Landes geben. Wer diese und weitere Veranstaltungen im April nicht verpassen will, kann sich natürlich schnell und einfach auf unserer Website in unseren Newsletter eintragen und wird dann per E-Mail über alle Events informiert. Aber nun zu unseren News-Stories und Sarah beginnt. Wunderbar, vielen Dank, David. Und jetzt heißt es anschnallen, denn es geht mit einem wahnsinnig spannenden Thema los, und zwar der US-Steuergesetzgebung, und zwar dem Child Tax Credit. Meine News-Story bezieht sich im Detail auf ein gewisses Element des großen American Rescue Plans, also das Gesetzespaket, welches gerade von den Demokraten verabschiedet wurde, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie in den USA abzumildern. Hier ging es zum Beispiel um Finanzhilfen, die an die einzelnen Haushalte in den USA ausgezahlt wurden. Es ging um die Unterstützung der Arbeitslosenhilfe, Zuschüsse für den Bildungssektor und vieles, vieles mehr. Eigentlich wollten die Demokraten in diesem Paket auch einen Mindestlohn von 15 Dollar durchsetzen. Das hat aber aus mehreren Gründen nicht geklappt und wurde auch eingehend besprochen in der Presse und natürlich auch vom progressiv-linken Lager der Partei entsprechend kritisiert. Allerdings hat es ein ganz bestimmter Aspekt in das Paket geschafft, der aber nicht ganz so intensiv diskutiert wurde, und das wollen wir heute im Podcast nachholen. Es geht also um den Child Tax Credit. Was bedeutet das überhaupt? Was ist der Child Tax Credit? Es handelt sich hier um eine Erweiterung und Erhöhung der Steuergutschrift für Kinder. Das bedeutet, ab jetzt bekommen amerikanische Familien diese Gutschrift nicht einmal zu einem festen Zeitpunkt ausgezahlt wie früher, sondern erhalten sie in periodischen Abschnitten. Also einige Dateis sind hier noch etwas unklar, aber ganz grob kann man sagen, dass es bedeutet, dass Familien mit niedrigem Einkommen eine jährliche Unterstützung pro Kind von 3.000 Dollar erhalten, wenn das Kind über sechs Jahre alt ist. Für Kinder unter sechs Jahre sind es 3.600 Dollar. Diese Beträge sind insgesamt auch höher, als sie es unter der vorherigen Gesetzgebung waren. Es geht also um mehr Geld. Und monatlich sprechen wir hier auch von Beträgen zwischen 250 und 300 Dollar. Zu den Auswirkungen schon mal. Die Forscher am Columbia University Center on Poverty and Social Policy sagen, dass dies, wenn es alles so durchgesetzt wird oder beziehungsweise so ausgezahlt wird, jetzt die Kinderarmut fast halbieren würde in den USA. Also von 14 Prozent zu 7,5 Prozent. Und hiervon würden auch ganz besonders marginalisierte Gruppen profitieren. Was ist jetzt noch besonders an dem Child Tax Credit? Im Rahmen des Rescue Plans kam es auch zu einer Ausweitung der Gruppe, die von dieser Steuergutschrift profitiert. Also unter den alten Vorschriften konnten Familien nur Kinder bis 16 Jahre in der Steuer geltend machen. Jetzt ist das bis zu 17 Jahren möglich. Auch wurde der Personenkreis erweitert, der die Gutschrift in Anspruch nehmen kann. Das heißt, auch wenn man selbst kein Einkommen vorweisen kann, wie es zuvor gefordert wurde, kann man diesen bestimmten Tax Credit beanspruchen. Und natürlich ganz klar gibt es auch gewisse Einkommensstufen, die beeinflussen, ob man die Gutschrift geltend machen kann. Also im Klartext, ab einem gewissen Betrag verringert sich die Gutschrift, beziehungsweise bei sehr hohem Einkommen geht die Gutschrift auf 0 Dollar. Insgesamt zusammenfassend gesagt, sind also mehr Menschen berechtigt, diese Gutschrift zu bekommen und sie fällt höher aus. Allerdings, und das ist auch wichtig zu sagen, dieser Tax Credit ist im Gesetz erstmal auf ein Jahr angelegt. Das heißt, er ist noch nicht institutionell verfestigt und man wird sich diesem Thema auch noch einmal widmen müssen. Die Demokraten hoffen natürlich, dass sich diese Steuergutschrift als so beliebt erweist, dass man im Zuge der Zeit oder im Laufe der Zeit auch politische Unterstützung von den Republikanern einholen kann, um sie dann als eine dauerhafte Steuervorschrift zu etablieren. Warum ist das bedeutsam? Also warum erwähne ich diesen Child Tax Credit? Wir beschäftigen uns in diesem Podcast ja immer wieder mit der Verfassung auch der Gesellschaft der USA, gerade auch mit marginalisierten Gruppen. Welche Auswirkungen haben bestimmte Gesetze und Entwicklungen auf diese Gruppen? Und Kinderarmut ist in den USA seit jeher ein großes Thema. Analysen zu folgen, lebt eins von sieben Kindern in Armut in den USA. Eins von acht Kindern, wenn man die staatlichen Hilfeleistungen mit einberechnet. Und gerade jetzt in der Covid-19-Pandemie haben wir natürlich noch mal gesehen, wie extrem Kinder von diesen offengelegten Ungleichheiten wirklich betroffen sind. Es klingt also vielleicht etwas technokratisch, der Child Tax Credit, aber ganz vereinfacht gesagt sprechen BeobachterInnen hier von einem Grundeinkommen, eine Art Kindergeld für amerikanische Kinder, von dem circa 93 Prozent der Kinder profitieren würden. Das heißt, das soziale Sicherheitsnetz, was ja eh sehr löcherig ist in den USA, würde also eine bedeutende Erweiterung erfahren, die nicht zu unterschätzen ist. Und wir wissen ja auch gerade, wie umkämpft die soziale Gesetzgebung in den USA ist. Zum Abschluss dann kurz, wie steht es um die politische Unterstützung? Also let's talk politics. Der American Rescue Plan Act wurde komplett ohne die Unterstützung der Republikaner verabschiedet. Allerdings ist die Idee dieses Child Tax Credits, dieser Steuergutschrift, nicht ganz unpopulär. Das heißt, es war oder es wurde interessanterweise kaum öffentlich von der republikanischen Partei angegriffen. Wir haben euch in den Shownotes aber auch einen Report von der konservativen Heritage Foundation angehängt, die ein relativ bekanntes Argument vieler RepublikanerInnen vertritt. Also nämlich, dass solche finanziellen Direktzahlungen letztendlich die BürgerInnen vom Staat abhängig machen würden und von der Arbeit abhalten würden. Argumentativ dagegen hält die Brookings Institution, auch deren Report haben wir verlinkt. Und interessanterweise gibt es auch einen ähnlichen politischen Vorschlag von Mitt Romney, also der Republikaner im Senat, der sogar noch etwas großzügiger ausgefallen wäre. Schauen wir uns die Demokraten an. Interessant ist hier, dass dieser Child Tax Credit auch nochmal ein bisschen den Linkstrend der Demokraten verdeutlicht. Wenn wir uns erinnern, gerade unter Bill Clinton war die Demokratische Partei verantwortlich für wirklich harte Einschnitte im Sozialstaat, die auch der Senator Joe Biden damals Mitte der 90er Jahre unterstützt hat. Aber in den letzten Jahren, es gab enorm viele Studien, die sich mit den Konsequenzen auch von der Kinderarmut beschäftigt haben. Der Druck auf die Demokraten innerhalb der Partei nahm zu. Und die Corona-Pandemie bot jetzt auch die perfekte Gelegenheit, für diese neuen Steuergesetze auch Unterstützung einzuwerben und sie letztendlich im Kongress zu verabschieden. Last but not least, jetzt sind erst einmal die BürgerInnen gefragt. Der US-Stichtag, an dem die Steuererklärung abgeliefert werden muss, ist eigentlich der 15. April. Das Datum wurde jetzt allerdings im Kontext der Pandemie und des Rettungspakets auf den 17. Mai verschoben. Das heißt, insgesamt kann man festhalten, dass der Child Tax Credit ist ein nicht zu vernachlässigender Schritt in der US-Steuer- und Sozialgesetzgebung. Und wir werden weiter verfolgen, ob er nach einem Jahr auch fest verankert wird. So viel zur Steuerthematik. David, your turn. Ja, vielen Dank, Sarah. Das zeigt mal wieder, dass nicht nur wir Deutschen ein hochkomplexes Steuersystem haben, sondern dass das den Amerikanern offensichtlich ganz ähnlich geht. In meiner News-Story geht es heute um den Dauerbrenner in der amerikanischen aktuellen politischen Kultur auch, nämlich um Wahlen. Und ich bediene mich eines kleinen Tricks, nämlich meine News-Story und mein Deep Dive beschäftigen sich beide mit Wahlen in unterschiedlichen Facetten oder aus unterschiedlichen Perspektiven. Und in der News-Story geht es um eine ehemalige Staatsanwältin und letztlich dann auch gerade nach der Wahl um eine Anwältin des ehemaligen Präsidenten Donald Trumps, die nun selbst zum Gegenstand einer Klage geworden ist und sich dort jetzt versucht zu verteidigen. Und das ist doch sehr interessant vor dem Hintergrund dessen, wie der Nachgang der Wahl vor allen Dingen von Republikanern, von ihr selbst, aber auch von Präsident Trump gestaltet wurde. Ganz kurz zu Beginn, die Präsidentschaftswahl 2020 war vorher und auch nachher begleitet von Fälschungsvermutungen und Vorwürfen. Präsident Trump heizte bereits im Wahlkampf die Gerüchteküche an, indem er Briefwahl als besonders fälschungsanfällig bezeichnete. Und vielen Beobachtern war ja damals schon klar, dass das letztlich die Vorbereitung auf eine mögliche Niederlage war und den Boden für die Nichtanerkennung, gegebenenfalls auch Anfechtung des Wahlergebnisses bereiten sollte. Dass die Behauptungen falsch oder irreführend waren, das ist damals auch schon ganz weitestgehend durch Factchecker nachgewiesen worden. Und wir haben euch dazu auch ein paar Quellen in den Shownotes hinterlegt. Doch viele Wähler, das muss man sagen, und hier natürlich vor allen Dingen Wähler von Donald Trump, haben inmitten der Corona-Pandemie das Risiko auf sich genommen, die Stimmabgabe in Person vorzunehmen, um eben diese vermeintliche Wahlfälschung zu verhindern. Laut einer Pew Research-Umfrage haben 46 Prozent der AmerikanerInnen per Briefwahl abgestimmt, 27 Prozent an Wahllokalen im Voraus, also das sogenannte Early Voting vorgenommen. Und ebenfalls 27 Prozent sind persönlich zur Wahl gegangen. Und wenn man dann noch nach der Wahlentscheidung unterscheidet, dann wird das recht deutlich, während nämlich 32 Prozent der Trump-Wähler per Briefwahl abgestimmt haben, taten das mit 58 Prozent fast doppelt so viele der beiden WählerInnen. Am Wahltag selbst gingen lediglich 17 Prozent von ihnen ins Wahllokal, wobei 20 Prozent mehr, das heißt also 37 Prozent der Trump-WählerInnen in Person wählten. Und wie ihr alle wisst, sind die Vorwürfe nach der Wahl nicht weniger geworden, sondern ganz im Gegenteil. Man kann das ganz kurz zusammenfassen. Die Vorwürfe würden in Anführungsstrichen substanzieller, nämlich dahingehend, dass sich nun eben eine ganze Schar an Anwälten von Donald Trump berufen fühlten, vermeintlich Ross und Reiter zu nennen und vor allem vor die konservative Presse und vor manche Gerichte zogen. Und im Zentrum dessen standen damals insbesondere zwei Personen. Zum einen Rudy Giuliani, dem ehemaligen Bürgermeister New Yorks und eben auch Anwalt von Donald Trump und Sidney Powell, wie schon eingangs erwähnt, eine ehemalige Staatsanwältin aus Texas. Und sie ist dann aus dem Amt ausgeschieden und später auch Anwältin geworden. Und sie stieß nach der Wahl zum Anwaltsteam von Donald Trump hinzu, wohl auch vermutlich, weil sie 2019 den ehemaligen nationalen Sicherheitsberater von Trump, nämlich Michael Flynn, verteidigte. Und sie hat dann in unzähligen Interviews für Fox News, Fox Business, für den konservativen Talk Radio Host Mark Levin, One America News Network, Newsmax und vielen, vielen mehr behauptet, dass es systematische Wahlfälschung gab und nicht nur das, dass sie auch Beweise dafür hätte. Und Trump habe nicht nur mit einem Vorsprung von wenigen tausend Stimmen gewonnen, sondern es seien Millionen von Stimmen durch Auszählungsmaschinen zweier Firmen, nämlich Dominion und SmartMedics, zu beiden transferiert worden. Und die Beweise blieb Powell bis heute schuldig. Ihre Behauptungen wurden aber allzu gerne von konservativen Medien, aber auch WählerInnen und Trump selbst vielleicht geglaubt, aber zumindest instrumentalisiert. Und vielleicht zwei Beispiele. Am 15. November 2020 sagte Sidney Powell bei Maria Bartiromo auf Fox News, President Trump won by not just hundreds of thousands of votes, but by millions of votes that were shifted by the software that was designed expressly for that purpose. Und später am 10. Dezember 2020 sagte sie dann auf Fox Business bei Lou Dobbs, We now have reams and reams of actual documents from Smartmatic and Dominion, including evidence that they planned and executed all of this. We have evidence of how they flipped the votes, how it was designed to flip the votes. Und es kam dann, wie es kommen musste. Die beiden betroffenen Firmen haben Klage gegen einige der Anwälte sowie andere Trump-Loyalisten erhoben. Und wie in den USA üblich, sind die verlangten Summen astronomisch. Also Dominion beispielsweise hat Powell auf 1,3 Milliarden US-Dollar Schadensersatz verklagt. Ebenso Giuliani und den Trump-Vertrauten und Unternehmer Mike Lindell, der bekannt ist als der Unternehmer von einer Firma, die heißt MyPillow. Zudem hat Fox News eine Klageschrift erhalten über 1,6 Milliarden US-Dollar. Da Sidney Powell das erste Ziel einer solchen Klage war, nämlich im Januar der Dominion-Klage, war sie auch die erste, die gegenüber dem Gericht eine Stellungnahme abgeben musste. Und die hatte es aus meiner Sicht ganz schön in sich. Und dort schreibt sie, oder ihre Anwälte besser gesagt, Determining whether a statement is protected involves a two-step inquiry. Is the statement one which can be proved true or false? And would reasonable people conclude that the statement is one of fact? In light of its phrasing, context and the circumstances surrounding its publication. Analyzed under these factors and even assuming that each of the statements alleged in the complaint could be proved true or false, no reasonable person would conclude that the statements were truly statements of fact. Im Grunde versucht sich Powell hier auf den ersten Verfassungszusatz, nämlich die Meinungsfreiheit zu berufen, indem sie argumentiert, dass es sich nicht um eine auf Fakten basierende Aussage handelt, sondern um eine Meinung. Und es ist spannend zu sehen, wie der Prozess und damit Powells Begründungsversuch ausgehen wird, weil es ist natürlich auch in gewisser Weise eine Beleidigung vieler, vieler WählerInnen von Donald Trump, dass man ihnen letzten Endes nun vorwirft, sie seien unreasonable, also unvernünftig gewesen, wenn sie einer Sidney Powell und ihren Behauptungen Glauben schenken. Nicht nur das wird letztlich für die Klage oder für den Prozessausgang wichtig sein, sondern es wird natürlich auch dazu kommen, dass sie im Zweifel einen horrenden Schadensersatz zahlen muss und ihr droht auch der Ausschluss aus der Anwaltskammer sowie weitere Ermittlungen und gegebenenfalls Anklagen wegen beispielsweise Falschaussage. Also das wird ein sehr, sehr spannender Fall noch und ich fand das insofern nur sehr, sehr spannend und sehr interessant zu sehen, wie jetzt plötzlich die Argumentation bei ihr dreht, während sie noch also wirklich mit einer immensen Selbstsicherheit, ja, Selbstvergessenheit an manchen Stellen hier plötzlich mit dem Argument kommt, ja, also das war nie basierend auf Fakten, sondern letztlich nur eine Meinungsäußerung. Und da wird sie wahrscheinlich nicht sehr weit kommen mit der Argumentation, aber wir werden sehen. Das war meine News Story. Ja, vielen Dank, David. Ein sehr schönes Beispiel für eins meiner liebsten Sprichwörter. Play stupid games, win stupid prizes. Sehr schön illustriert anhand dieser Entwicklung. Genau, kommen wir zum ersten Deep Dive. Und zwar geht es jetzt um Gewerkschaften und Amazon. Und zwar geht es um eine Entwicklung, die leider nicht ganz so viel Aufmerksamkeit erfährt, wie sie es eigentlich verdient hätte. Und zwar geht es um die Bemühungen von Amazon-MitarbeiterInnen in den USA, eine Gewerkschaft zu gründen. Und zwar nicht irgendwo in den USA, sondern in Alabama. Wie immer ein Dreierschritt, also eine kurze historische Einordnung. Warum ist eine Gewerkschaftsgründung in den USA kein so selbstverständlicher Schritt, wie wir ihn vielleicht kennen, vor allem im Süden der USA? Dann die Darstellung der aktuellen Entwicklung in Alabama und zum Schluss die kurze Analyse. Wie stehen die Parteien zu dem Geschehen und was für Implikationen ergeben sich hier raus? Erst aber mal ein kurzer Rückblick oder vielleicht auch eher ein Check der Datenlage. Im allseits beliebten Handbuch USA definiert Martin Thunert Gewerkschaften in den USA als, Zitat, all jene berufsspezifischen Interessenvertretungen, die kollektiv im Namen ihrer Mitglieder verhandeln. Zitat Ende. Diese klassische Arbeitnehmervertretungen, die ein kollektives Handlungsmandat haben, so Thunert weiter, sind allerdings nicht so zahlreich, wie es zum Beispiel die berufsständischen Vertretungen sind in den USA. Ja, also die Organisationen, in denen zum Beispiel Anwälte oder Ärzte organisiert sind. Die USA sind auch nicht bekannt als ein Land, das besonders freundlich gegenüber Gewerkschaften ist. Aber es zeigt sich doch ein differenzierteres Bild, wenn wir uns mal ein paar Zahlen genauer anschauen. Und wie erwähnt, es geht mir in erster Linie auch darum, ein paar Zahlen und Trends aufzuzeigen. Weniger um eine konkrete historische Erklärung. Dafür haben wir euch natürlich Quellen verlinkt, warum die Lage der Gewerkschaften so ist, wie sie ist. Auf der einen Seite, und das mag vielleicht etwas überraschend kommen, sehen die AmerikanerInnen ihre Gewerkschaften schon als etwas Gutes und sind ihnen gegenüber eigentlich auch positiv eingestellt. Also laut dem Pew Research Institute, auch hier die Zahlen haben wir euch verlinkt, sehen 55 Prozent der AmerikanerInnen Gewerkschaften als positiv an. Und auch wenn man fragt, ob ArbeitnehmerInnen das Recht haben sollten, sich in Gewerkschaften zu organisieren, gibt es breite Zustimmung. Allerdings, und das ist schon der erste interessante Punkt, ist die Zustimmung unterschiedlich groß, je nachdem, um welchen Beruf es geht. Also 82 Prozent der Befragten geben an, Menschen, die in Fabriken arbeiten, sollten sich in einer Gewerkschaft zusammenschließen können. Für Menschen aber, die in Fast-Food-Ketten arbeiten, stimmen nur 62 Prozent der Aussage zu. Und jetzt zur letzten, also in diesem Kontext vielleicht auch wichtigsten Zahl oder den wichtigsten ZahlInnen, die Zahlen derer, die auch wirklich in einer Gewerkschaft sind, also engagiert sind, sinkt seit Jahrzehnten stark in den USA. Auf dem Höhepunkt, so Mitte der 50er Jahre, sagen einige Zahlen, waren es noch 35 Prozent aller AmerikanerInnen, die in einer Gewerkschaft organisiert waren. Kleine Fußnote, Selbstständige sind hier nicht eingerechnet. Aber 1983, und das Jahr wird hier am meisten zitiert, da ab dann vergleichbare Zahlen durch das Bureau of Labor Statistics erhoben wurden, waren es auch schon nur noch 20,1 Prozent. Und im letzten Jahr, 2020, laut der Datenlage, waren es 10,8 Prozent der Menschen, die in einer Gewerkschaft organisiert waren oder organisiert sind. Also ungefähr 14 Millionen Menschen für die USA. Wir sehen hier also ganz grob, die Tendenz ist sinkend. Der Vollständigkeit halber muss noch hinzugefügt werden, da einige ArbeiterInnen auch von Verträgen profitieren, die durch Gewerkschaften ausgehandelt worden sind, aber selbst nicht Mitglied der Gewerkschaft sind, ist die Zahl der Menschen, die von Gewerkschaften repräsentiert werden, etwas höher. Aber das sind auch meistens nur ein bis zwei Prozentpunkte. Also generell ist Zustimmung zu Gewerkschaften ja, aber eine geringe Organisation on the ground. Der erste wichtige Punkt, den ihr euch merken könnt. Am stärksten organisiert sind übrigens die MitarbeiterInnen der Polizei, der Feuerwehr, Sicherheitsfirmen und auch vor allem Menschen, die im Bildungssektor arbeiten. Ganz vorne voran hier natürlich die LehrerInnen. Nicht überraschend, alles Jobs, die in erster Linie im öffentlichen Sektor verankert sind und im Privatsektor sind im Vergleich auch weit weniger Menschen organisiert. Wenn wir uns jetzt etwas genauer nochmal anschauen, wer in den USA einer Gewerkschaft beitritt, sehen wir auch hier einige Unterschiede. Männer etwas häufiger vertreten in Gewerkschaften als Frauen, junge Menschen weitaus weniger oft organisiert als über 45-Jährige und auch interessant, schwarze AmerikanerInnen sind häufiger organisiert als alle anderen gesellschaftlichen Gruppen. Und darauf komme ich später auch nochmal zurück. Fun Fact am Rande, am wenigsten Leute sind übrigens in unserem Partnerstaat von Rheinland-Pfalz, South Carolina, gewerkschaftlich organisiert. Also abschließend zu dieser ersten Einführung. Wir sehen hier natürlich auch parteipolitische Unterschiede. Also eine Mehrheit der Demokraten, der demokratischen Partei sieht Gewerkschaften als etwas Positives an, sieht die momentane Schwächung der Gewerkschaften als schlecht für ArbeitnehmerInnen. Eine Mehrheit der Republikaner bewährt diese Schwächung der Gewerkschaften als gut. Was ist jetzt los im zweiten Schritt in Alabama? Die Lage ist nicht besonders rosig für Gewerkschaften, das haben wir etabliert. Warum tut sich aber gerade was hier in diesem Staat im Süden? Und zwar geht es ganz konkret um den Ort Bessemer in Alabama, südlich von Birmingham gelegen, verzeichnet knapp 27.000 EinwohnerInnen. Davon sind ca. 71% schwarze AmerikanerInnen. Fast 30% der BewohnerInnen leben unter der Armutsgrenze. Das nur als Hintergrund. Bessemer sorgt seit einiger Zeit für Schlagzeilen in den USA, denn hier befindet sich ein Amazon-Logistiklager. Das hat im Englischen übrigens den interessanten, ein bisschen doppeldeutigen Begriff, auch vielleicht Fulfillment Center. Davon gibt es ca. 110 Stück in den USA. Hier werden also die Bestellungen zusammengestellt, verpackt, verschickt und gerade jetzt in Corona-Zeiten brummt hier natürlich der Laden. Online-Shopping ist beliebt wie nie. Amazon selbst gefällt es eigentlich in Bessemer, Alabama, denn Alabama ist ein republikanisch geführter Staat. Es ist einer von 28 Staaten mit sogenannten Right-to-Work-Gesetzen. Das ist ein Gesetz, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, das letztendlich die Organisation von Gewerkschaften und deren Arbeit erschwert. Gleichzeitig, davon aber auch nicht vergessen, hat Alabama auch eine lange Tradition, was eine starke Arbeiterschaft betrifft. Diese gegensätzlichen Entwicklungen arbeitet ein Artikel von Vox sehr schön heraus, den wir euch auch verlinkt haben. Und genau jetzt aktuell versucht ein Teil der über 5.800 Mitarbeiterinnen dieses Fulfillment Centers, sich hier gewerkschaftlich zu organisieren. Davon ist Amazon, die Überraschung dürfte nicht groß sein, glinde gesagt wenig begeistert. Zu Beginn dieser Woche, am 29. März, endete die Briefwahl, bei der über die Gewerkschaft abgestimmt wurde. Wenn sich hier mehr als die Hälfte der Beschäftigten für eine Gewerkschaftsvertretung entscheidet, können die Amazon-MitarbeiterInnen von der Retail, Wholesale und Department Store Union vertreten werden. Also von einer ganz spezifischen Gewerkschaft. Bevor diese Abstimmung möglich wurde, mussten MitarbeiterInnen in einem ersten Schritt sogenannte Autorisierungskarten unterschreiben. Das taten im letzten Jahr schon knapp über 2000 von ihnen. Wenn mehr als 30% der ArbeiterInnen so eine Karte unterschreiben, dann erst kann die eigentliche Abstimmung in die Wege geleitet werden. Und das ist nun also geschehen. Wenn das klappt, also wenn sich hier eine Gewerkschaft gründet, wäre das schon eine Sensation. Es wäre die erste für Amazon in den USA. Wichtig anzuführen ist hier, diese gewerkschaftliche Vertretung gilt dann nicht automatisch für alle Amazon-Zentren oder Logistiklager, sondern nur für dieses eine spezielle Logistiklager. Wie argumentieren beide Seiten, also die ArbeitnehmerInnen sowie Amazon? Die Beschäftigten von Amazon klagen in erster Linie über schlechte Arbeitsbedingungen. Also kaum Pausen. Hier gibt es auch wirklich sehr eindringliche Berichte, haben wir euch natürlich auch verlinkt. Überwacht werden, es ist zu heiß im Gebäude. Jede Bewegung wird letztendlich verfolgt, vermessen, bewertet. Strenge Quoten müssen erfüllt werden. In 10-Stunden-Schichten soll es nur zwei kurze Pausen geben. Selbst jeder Klogang wird letztendlich getimt. Und man muss halt schauen, dass man wie gesagt immer innerhalb dieser Quote bleibt, die es zu erfüllen geht. Doch, und das fand ich auch interessant, wenn man sich so diese Berichte oder auch wenn man sich die Aussagen der MitarbeiterInnen durchliest, es geht den Menschen vor Ort auch vor allen Dingen um eins. Und zwar um ihre Würde als ArbeitnehmerInnen. Ja, also nicht unbedingt in erster Linie um die Arbeitsbedingungen, sondern wirklich auch, wie man vor Ort behandelt wird. Denn, so zitiert der Journalist Jörg Vimalazena von der Zeit in seinem Bericht über die Entwicklung den Chef des Gewerkschaftsbundes in Alabama, Zitat, es geht nicht ums Geld, sondern um unsere Würde. Zitat Ende. Und auch die Corona-Krise hat natürlich diese Initiative befeuert. Nicht nur stieg die Arbeitslast an, sondern auch enorm viele MitarbeiterInnen von Amazon sind erkrankt an Covid-19. Und ein weiterer wichtiger Aspekt, den ich zu kurz kommen darf, ist auch die Verbindung dieser Gewerkschaftsbemühungen mit der Bürgerrechtsbewegung oder auch mit der Black Lives Matter Bewegung. Wie erwähnt, die große Mehrheit der Menschen in Bessemer und bei Amazon sind schwarze AmerikanerInnen, die auch sehr gläubig sind, die in Kirchen organisiert sind. Und viele der Menschen, die jetzt für die Gewerkschaft werben, sprechen auch über ihren Glauben und welche große Rolle er für sie in diesem Unterfangen spielt. Und auch, wir erinnern uns schon, Martin Luther King war, für ihn war dieser Kampf um Bürgerrechte und Arbeitnehmerrechte sehr eng verwoben. Er war damals ja für den Sanitärstreik in Memphis, Tennessee vor Ort und gab dort seine berühmte I've been to the mountaintop Rede, als er erschossen wurde. Wir haben hier also vor Ort auch eine lange Tradition, die Bürgerrechte und Arbeiterrechte miteinander verbunden sieht und sie auch als Teil eines großen Ganzen begreift. Sieht Amazon das jetzt ähnlich? Um es vorwegzunehmen, nein. Amazon ist hinter Walmart, der zweitgrößte Arbeitgeber in den USA. Knapp 800.000 Menschen sind hier beschäftigt. Tendenz steigend. Die Firma argumentiert nun, dass man im Vergleich zu anderen Arbeitgebern hohe Einstiegslöhne bietet, nämlich 15,30 Dollar und auch gute zusätzliche Leistungen im Gepäck hat, zum Beispiel eine Gesundheitsversicherung, Einzahlung in Rentenpläne und andere Benefits. Die Firma ist allerdings auch bekannt dafür, nicht gewerkschaftsfreundlich zu sein und versucht momentan auch, oder hat es auch stark versucht, während dieser Abstimmungsphase, so viele MitarbeiterInnen wie möglich von der Organisation abzuhalten. Es lief also eine Gegenkampagne, Vorträge, Plakate, eine Website, die in Anführungsstrichen informieren sollte und man hat sogar versucht, trotz der Pandemie eine Abstimmung vor Ort zu erzwingen. Die Briefwahl wurde dann aber im Sinne der Amazon-MitarbeiterInnen von der US-Arbeitnehmerrechtsbehörde durchgesetzt. Amazon ist ja nicht ohne Grund dominant im Online-Handel. Also Ware kann unglaublich schnell geliefert werden. Wer selbst von euch Amazon Prime hat, weiß das. Da können viele Konkurrenten in den USA und auch global einfach nicht mithalten. Diesen Vorteil will man bei Amazon natürlich auch nicht gefährden. Wie stark Amazon also gegen interne Versuche, sich zu organisieren, vorgeht, wie man MitarbeiterInnen einschüchtert oder auf Linie bringen will, das arbeitet auch ein Artikel von NBC, sehr schön heraus, auch verlinkt natürlich. Und die Beschwerden von MitarbeiterInnen über die Arbeitsbedingungen bei Amazon, bei dem National Labor Relations Board, sind seit der Covid-Pandemie auch weitaus zahlreicher geworden. Wir haben hier also eine David-gegen-Goliath-Situation und Jeff Bezos, also der Gründer von Amazon, hat ja auch enorm von der Corona-Krise profitiert. Die Firma hat milliardenhohe Rekordgewinne eingefahren. Gleichzeitig, das muss man der Fairness halber aber auch sagen, gibt es auch einige MitarbeiterInnen, die den Lohn und die Zusatzleistung von Amazon schätzen, gerade im Vergleich zu anderen Jobs in den USA, gerade auch in einer Region, die wirtschaftlich zu kämpfen hat. Also die Arbeitnehmerschaft ist hier nicht komplett vereint. Einige wollen mit den Gewerkschaften nicht unbedingt etwas zu tun haben. Schauen wir uns jetzt also am letzten Schritt an, wie sich die Politik positioniert hat. Die politische Lage und deren Implikationen. Auf der lokalen Ebene ist die Unterstützung noch verhalten. Also denken wir an die Zahlen zurück, die ich eingangs genannt habe. Die hohe Armutsrate, ein relativ hoher Einstiegslohn, der, muss man auch sagen, sogar leicht über dem von Demokraten geforderten Mindestlohn von 15 Dollar liegt. Eine strukturschwache Region haben wir auch hier. Das heißt, auf der lokalen Ebene ist es da für viele PolitikerInnen schwierig, Positionen zu beziehen. Auf der nationalen Ebene sieht es allerdings anders aus. Ganz klar, ganz vorneweg bei den Unterstützern ist Bernie Sanders, der auch am letzten Freitag am 26. März nach Alabama reiste und die Menschen vor Ort unterstützte in ihrem Kampf gegen Amazon. Vor allen Dingen sollte er auch jüngere Angestellte animieren, für eine Gewerkschaft zu stimmen. Denn, wie gesagt, hier sprechen die Zahlen ja auch eine deutliche Sprache, dass die jüngeren ArbeiterInnen weniger organisiert sind. Und hier hat man natürlich gehofft, dass Bernie Sanders hier vielleicht auch noch ein bisschen Fahrt in die Sache bringen kann. Sanders äußerte sich zu den Bemühungen, ein Zitat von ihm, Ja, also hier sozusagen der Ruf nach Solidarität und wenn die Menschen vor Ort zusammenhalten, können sie es auch mit Amazon aufnehmen. Eine relativ interessante Replik beziehungsweise ganz generell eine Antwort auf Sanders und diese Gewerkschaftsbemühungen hat ein Vertreter von Amazon veröffentlicht, Dave Clark. Und auch den möchte ich hier zitieren, weil das schon sehr interessant ist. Und zwar Zitat, Ja, kann man so sehen, muss man aber nicht. Aber auch interessant, diese Antwort, also diese Anspielung auf Bernie Sanders und seine Politik und dass Amazon von sich behauptet, progressiver zu sein aufgrund der Bezahlung und der Arbeitsplatzbedingungen. Anscheinend gab es innerhalb der Firma auch Druck von Jeff Bezos etwas deutlicher, also antagonistischer, gegenüber bestimmten PolitikerInnen, wie zum Beispiel Bernie Sanders oder Elizabeth Warren aufzutreten. Ihr könnt euch selber mal den Twitter-Account von Amazon News anschauen, der das auch getan hat. Und es ist schon beachtlich, wenn man doch so ein bisschen sieht, wie der Druck zu steigen scheint auf Amazon und wie die sonst so sehr geschützte Fassade eines Unternehmens ja auch ein bisschen bröckelt. Sanders ist eh nicht gut auf Jeff Bezos zu sprechen, da er diesen wegen seines enormen Reichtums und natürlich auch der Gewerkschaftsfeindlichkeit von Amazon kritisiert. Auch ist Bezos nicht zu einer Anhörung im Senat erschienen, in dem es um die Einkommensungleichheit in den USA ging. Deswegen Fun Fact, auch Sanders hat gezeigt, er kann sarkastisch sein wie Dave Clark und hat 2018 zum Beispiel ein Gesetz eingeführt, um Amazon zu einer Erhöhung des Lohns zu bringen. Der Gesetzesvorschlag, über den übrigens nie abgestimmt wurde, hieß Stop Bad Employers by Zeroing Out Subsidies Act oder kurz verknappt Stop Bezos. Amazon hat übrigens auch im Zuge sozusagen dieser Erhöhung des öffentlichen Drucks auch den Mindestlohn dann ja erhöht. Neben Sanders, interessanterweise, unterstützt auch Marco Rubio, der republikanische Senator aus Florida, die Gewerkschaftsbemühungen in Alabama. Allerdings ist er generell nicht gut auf Amazon zu sprechen, hat also ein bisschen andere Beweggründe, da er die Firma als Verbündete der Linken im Kulturkrieg sieht. Das lasse ich jetzt auch mal unkommentiert, aber so hat er sich positioniert. Was sagt der wichtigste Mann in dieser Runde? Und jetzt komme ich auch so zu den letzten Punkten. Joe Biden sprach im Februar zur Überraschung einiger BeobachterInnen in einem Video von seiner Unterstützung für die Workers in Alabama und es heißt in einem Tweet auch von ihm Every worker should have a free and fair choice to join a union. Er hat im Video noch ein paar andere Sachen gesagt, hat Amazon zwar namentlich nicht genannt, aber die Stellungnahme des Präsidenten wurde als ein Zeichen der Solidarität gewertet, dass es so eigentlich ja noch nie von seinen Vorgängern gab. Auch Barack Obama war hier für viele Gewerkschafter eine Enttäuschung. Gerade bei den Gewerkschaften und den Vertretern vor Ort, den Vertreterinnen, kam es sehr gut an, dieses Statement von Joe Biden. Es war für einige vielleicht auch ein Zeichen, dass sich die demokratische Partei teils auch wieder um die Arbeiterklasse bemühen möchte, die ihn als Wählerklientel ja immer mehr abhanden kommt, zumindest was vielleicht ja die weiße Arbeiterklasse betrifft, die ihn hier abhandengekommen ist. Joe Bidens Haltung zu Gewerkschaften in der Vergangenheit ist übrigens auch eher durchwachsen, auch wenn er sich im Wahlkampf und allgemein natürlich auch sehr gerne immer als Gewerkschaftstyp inszeniert, also als Blue Collar Mann aus Scranton. Das Bild sozusagen, was ihm ja auch so am liebsten ist. Im Repräsentantenhaus, nur um kurz einen Mini-Blick auf die legislative Ebene zu werfen, haben die Demokraten Anfang März den Protecting the Right to Organize Act, den Pro Act, verabschiedet. 225 zu 206 ging die Abstimmung aus. Fünf RepublikanerInnen haben das, ja, haben das Gesetz unterstützt. Ziel dieses Paketes ist es, mehr Schutz für ArbeitnehmerInnen zu garantieren, die sich gewerkschaftlich organisieren wollen. Allerdings stand aktuell unwahrscheinlich, dass das Gesetz im Senat eine Mehrheit findet, denn VertreterInnen der Wirtschaft und die Republikanische Partei lehnen das Gesetz bisher ganz klar ab. Kurzer Ausblick, wie geht es jetzt also weiter? Die Abstimmung ist beendet in Alabama, VertreterInnen des National Labor Relations Board überprüfen jetzt die Stimmzettel, auch Amazon und die Gewerkschaft sind in diesen Prozess einbezogen und das kann etwas dauern, also die Namen der Abstimmenden werden jetzt überprüft, mit Listen der MitarbeiterInnen verglichen und so weiter und so fort. Es wird zudem auch erwartet, dass auch jetzt vielleicht schon juristische Auseinandersetzungen geben kann, also auch hier das Thema Wahlrecht und juristische Auseinandersetzung, wo David ja auch nachher nochmal zukommt in seinem Deep Dive spielt auch hier eine Rolle, denn es wird natürlich auch die Frage sein, wer will welche Stimmzettel vielleicht von der Auszählung aus welchen Gründen auch immer ausschließen zum Beispiel und es kann auch sein, dass die Arbeitnehmerseite argumentieren wird, dass Amazon ungerechtfertigt und unrechtmäßig auch versucht hat, die Abstimmung zu beeinflussen. Die öffentliche Auszählung der Stimmen wird also laut einigen Einschätzungen erst Ende dieser Woche vermutlich passieren oder im Laufe der nächsten Woche und wie eingangs erwähnt, also wenn diese Gewerkschaftsvertretung zustande kommt, wäre das schon eine Sensation in den USA und hier wartet man auch jetzt schon sehr gespannt auf die Reaktion von Amazon. Aber auch wenn es nicht klappen sollte, war aus Sicht vieler BeobachterInnen der Kampf nicht vergebens, denn die Arbeitsbedingungen von Amazon werden jetzt wieder verschärft diskutiert, nicht nur in den USA, ebenso auch die Rolle von Gewerkschaften. Denn inspiriert von Bessemer, Alabama, haben mittlerweile auch Amazon-Angestellte in Baltimore, New Orleans, Portland, Denver oder auch Southern California langsam die Fühler ausgestreckt und sich erkundigt, wie man sich denn vor Ort organisieren könnte. Die Zeit scheint also reif zu sein in den USA für mehr gewerkschaftliches Engagement. Ja, vielen, vielen Dank Sarah für diesen Einblick in sehr harte Kämpfe, wenn es um die Gewerkschaften geht und ja, ich hatte so meine Gedanken währenddessen. Zum einen irgendwie, glaube ich, scheint bei Amazon auch die Haltung zu sein, dass man dort eben Geld auch gegen Rechte tauscht in gewisser Weise. Zumindest entsteht der Eindruck, lassen wir es mal so stehen. Ich hatte ja zu Anfang des Podcasts angedroht, dass ich mich heute insgesamt mit dem Thema Wahlen beschäftige und deshalb auch in meinem Deep Dive heute eigentlich als Aufhänger die Wahlrechtsreformen in Georgia, die in der vergangenen Woche doch zu einigem Unmut auf der linken progressiven Seite gesorgt hat und zum Teil für Unverständnis mit Blick auf den Unmut auf der konservativen rechten Seite. Aber mir geht es auch in dem Deep Dive ein wenig darum, nochmal zu zeigen, was auch die Unterschiede, wenn wir Deutschland ja häufig im Hinterkopf haben, sind mit Blick auf das Wahlsystem und eben auch das Wahlrecht in den USA. Also, fangen wir von vorne an. Nämlich, bevor ich zu dem aktuellen Streit komme, sind da, glaube ich, ein paar einführende Bemerkungen notwendig. Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass die Wahlen in den USA dezentral organisiert sind. Das heißt, dass Verantwortliche auf einzelstaatlicher und lokaler, das heißt also kommunaler Ebene für die rechtmäßige Durchführung zuständig sind. Das bedeutet auch, dass jeder Bundesstaat über eine eigene Agentur verfügt, die beispielsweise die Wählerdatenbank pflegt, Trainings für Wahlhelfer durchführt oder Vorgaben für die Verwendung von Wahlmaschinen macht oder auch die Testungen von Wahlmaschinen. Und das heißt auch, dass zunächst die Bundesstaaten für die Wahlgesetzgebung zuständig sind. Und das ist auch verfassungsrechtlich so in Artikel 1, Abschnitt 4 der amerikanischen Verfassung geregelt. Und dort heißt es, the times, place and manner of holding elections for senators and representatives shall be prescribed in each state by the legislature thereof. Jetzt kommt ein wichtiger Nachsatz, but the Congress may at any time by law make or alter such regulations except as to the places of choosing senators. Und dieser letzte Teilsatz öffnet ein interessantes Einfallstor des Bundes, da es hier heißt, dass der Kongress jederzeit die von den Einzelstaaten erlassenen Gesetze ändern oder durch andere ersetzen könne. Ein Aspekt, zu dem wir später nochmal kommen, der ganz wichtig sein wird, auch mit Blick auf die aktuelle Lage in Georgia und damit auch die aktuelle Lage in den USA. Und es gibt bereits einige Regelungen auch auf Bundesebene, die sozusagen Leitplanken für die Einzelstaaten eingezogen haben. Dazu zählen natürlich diverse Verfassungszusätze, beispielsweise die Nummer 15, das ist das Wahlrecht für Afroamerikaner, eingeführt im Jahr 1870, Verfassungszusatz Nummer 19, Frauenwahlrecht von 1920, Verfassungszusatz 24, die Abschaffung von Wahlsteuern, also der Besteuerung des Wählens von 1969 und schließlich auch Verfassungszusatz Nummer 26, die Absenkung des Wahlalters auf 18 Jahre. Aber auch Bundesgesetze wie beispielsweise, und das ist sicherlich der bekannteste Act oder das bekannteste Gesetz, der Voting Rights Act von 1965, der Diskriminierung bezüglich ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe oder eben anderer Zugehörigkeit zu einer Minderheit untersagt, ist ebenso eine Leitplanke des Bundes mit Blick auf die einzelnen Bundesstaaten. Allerdings muss man zum Voting Rights Act noch sagen, dass dessen zentrale Teile 2013 von einem konservativ dominierten obersten Gerichtshof kassiert wurden in der Entscheidung Shelby County wie Holder zumindest eben aufgehoben wurden mit Blick auf so zumindest die Argumentation der konservativen Richter veränderte Situationen in den USA und einer, so zumindest die Interpretation dort, einer weit weniger bestehenden Diskriminierung von bestimmten Teilen der Gesellschaft. Die Originalentscheidung samt einer extrem wütenden Gegenrede durch die leider schon verstorbene Ruth Bader Ginsburg findet ihr übrigens auch in den Shownotes. Aber erst mal zurück zu den Einzelstaaten. Da sich diese ihr Wahlrecht ja selbst geben, gibt es natürlich eine große Varianz. Oder die New York Times hat mal getitelt America votes by 50 sets of rules. Und die Zeitung verknüpfte ebenfalls diese Feststellung mit der Forderung nach einer Wahlbehörde auf Bundesebene, die es so in der Form nicht gibt. Nur zur Klarstellung, viele von euch werden vielleicht jetzt an die Federal Election Commission denken, aber die ist ausschließlich für die Wahlkampffinanzierung zuständig, aber nicht für die Durchführung der Wahl und für eben solche Regelungen. Und die Vielfalt der Regelungen und ihre Auswirkungen auf das Wählen ist wirklich atemberaubend. Und wenn wir die Länge unseres Podcasts über die ersten vier Folgen stetig ausgebaut haben, möchte ich trotzdem nicht den Umfang der unterschiedlichen Regelungen hier darstellen. Das wäre etwas für einen eigenen Podcast und wahrscheinlich auch zugegebenermaßen ein Podcast mit sehr, sehr vielen einzelnen Episoden. Glücklicherweise haben sich aber drei Politikwissenschaftler die Arbeit gemacht und sie haben zudem auch einen Gradmesser erarbeitet, der zeigt, wie leicht oder eben auch schwer es ist, in einzelnen Bundesstaaten zu wählen. Scott zwei große Blöcke betrachtet, nämlich die Registrierung zum Wählen und dann der Wahlvorgang, beispielsweise Early Voting, also das Vorabwählen an einem Ort oder eben auch das Briefwählen oder das Wählen am Wahltag. Und das Ergebnis ist aus meiner Sicht sehr, sehr spannend. Der Bundesstaat, der das Wählen am leichtesten macht, ist Oregon. Hier werden jede oder jeder Wohnhafte automatisch registriert, also das kennen wir aus Deutschland mit der automatischen Zulassung zur Wahl. Zudem gibt es die Möglichkeit der Online-Registrierung. Es wird ausschließlich per Briefwahl in Oregon gewählt, wobei es aber auch noch solche Drop-Orte oder Drop-Boxes gibt, die auch am Wahltag selbst noch zugänglich sind, wo man dann den Briefwahl Umschlag einwerfen kann. Der Blick auch beispielsweise auf die Beschränkung des Wählens als solches ist auch ganz interessant, wenn man dort dann Verurteilte betrachtet. In Oregon zum Beispiel werden diese, wenn sie ihre Strafe verbüßt haben, automatisch wieder zur wählenden Bevölkerung dazugezählt. Das heißt, sie erhalten ihr Wahlrecht automatisch zurück. Nun gehen wir auf die andere Seite des Extrems, nämlich der Bundesstaat, in dem das Wählen am schwierigsten ist. Das ist Texas. Und da das jetzt nicht ganz so interessant ist, weil wir eigentlich Georgia als Aufhänger nehme, habe ich mir mal Georgia angeguckt und Georgia ist der zweitschwierigste Bundesstaat, wenn es ums Wählen geht. Und das auch schon vor der Wahlrechtsänderung der vergangenen Woche. Und die Regeln in Georgia sind deutlich umfangreicher als die in Oregon. So müssen sich potenzielle WählerInnen zunächst registrieren. Das muss aber mindestens 28 Tage vor der Wahl online oder per Post geschehen. Eine automatische Registrierung gibt es dort nicht. Die Wähler müssen sich bei der Wahl ausweisen und dazu gibt es eine ganze Liste an möglichen Dokumenten, die man vorzeigen kann. Dazu gehört die ID-Card, also die in den Einzelstaaten ausgestellt werden kann. Eine Art Ausweis, nicht hundertprozentig wie ein Ausweis, aber eine Art Ausweis, ein öffentliches Dokument, ebenso wie der Führerschein oder beispielsweise auch der Reisepass. Die Wahllokale sind von morgens sieben bis abends sieben geöffnet am Wahltag und wer zum Zeitpunkt des Schließens noch ansteht, hat auch das Recht zur Stimmabgabe und eine Briefwahl ist möglich und der Antrag war, muss ich jetzt sagen, weil das ist Teil auch der Änderung, spätestens vier Tage vor der Wahl zu stellen. Also es gab die bei der Briefwahl durch Unterschrift. Kennt man auch aus Deutschland, wenn man hier Briefwahlunterlagen zugesandt bekommt und dann wählen will, dann muss man unterschreiben. Soweit so gut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass einige von euch nun denken, ja, was ist daran jetzt eigentlich problematisch? Und vor einem bürokratisch durchorganisierten deutschen Hintergrund klingt das meiste auch eher unspektakulär. Sicher, die vorgeschriebene Registrierung wäre für viele von uns nervig, da schließe ich mich selber ein und manche würden die Deadline wahrscheinlich auch reißen, da schließe ich mich auch mit ein, doch wir müssen das natürlich vor einem ganz anderen Hintergrund sehen, in den USA sind vor allem arme Menschen häufig nicht im Besitz von Ausweisdokumenten oder ähnlichem oder die Registrierung verlangt eine 100%ige Übereinstimmung der geforderten Daten, so in Georgia, mit den Daten, die der Staat über die Person hat und schon kleinere Ungereimtheiten wie beispielsweise fehlende Bindestriche, der nicht ausgeschriebene Mittelnahme, das führt dann alles zum Scheitern der Registrierung und da gibt es auch Zahlen dazu, wie viele zigtausende von WählerInnen ausgeschlossen wurden durch solche Fehler und das betrifft vor allen Dingen dann eben Minderheiten, vor allen Dingen dann auch Afroamerikaner in Georgia und auch Studenten, die in anderen Bundesstaaten studieren, haben regelmäßig Schwierigkeiten sich zu registrieren, weil ihnen entsprechende Dokumente fehlen. Auffällig ist auch, dass durch diese Maßnahmen vor allem WählerInnen betroffen sind, die in der Tendenz die Demokraten wählen, also die demokratische Partei und die Untersuchung von Schraufnagel, Pomanti und Lee zeigt auch, dass es überwiegend die republikanisch regierten Bundesstaaten sind, die solche Restriktionen aufweisen und eine weitere Studie, interessanterweise von einer Highschool, Studie, die sehr, sehr spannend ist, ist wohl Teil eines Statistikkurses gewesen, die hat die Daten von dieser ursprünglichen Studie verwendet und die zeigen, dass das Erschweren des Wählens in einem Stimmenvorteil für die Republikaner mündet, regelmäßig. So, was wurde nun in Georgia verändert? Vor allem betraf das Gesetz die Änderung der Briefwahl, des Early Votings und des Wählens am Wahltag, also im Grunde genommen den gesamten Wahlvorgang. Aus Zeitgründen nenne ich nur mal die umstrittensten Punkte. Die Frist zur Beantragung der Briefwahl ist von vier auf elf Tage vor der Wahl vorverlegt worden. Das heißt also, man muss noch viel früher die Briefwahl beantragen. Die Identifikation und hier kommen wir noch mal zu diesen Hürden. Bei der Briefwahl ist nicht länger die Unterschrift, sondern die Nummer des Führerscheins, Ausweises oder ähnlicher offizieller Dokumente und dort sieht man eben wiederum, dass ganz bestimmte Teile der Gesellschaft hier einen Nachteil haben werden. Ein weiterer Punkt ist, es gibt viele Gruppen, die vieles, was das Wählen begleitet, dort Hilfestellungen geben und diese Non-Profit Organisationen werden deutlich stärker reglementiert und zum Teil auch mit empfindlichen Strafen belegt, wenn dort etwas schief geht, wenn man beispielsweise doppelt registriert und so weiter. Spezielle Briefkästen für die Briefwahlunterlagen sind nun, das ist vielleicht ein Vorteil jetzt, zwar vorgeschrieben, das war vorher nicht der Fall, aber sie sind jetzt oder der Zugang zu ihnen ist jetzt deutlich beschränkter. Früher dort, wo es solche Briefkästen gab, diese Dropboxen, die waren 24 Stunden zugänglich, das ist jetzt nicht mehr der Fall, sondern die sind nur noch während dieser Briefwahlzeit und dann während bestimmter Öffnungszeiten an den Tagen zugänglich. Das Early Voting wird ebenfalls erschwert, indem mobile Wahllokale zum Einsamen der Stimmen nicht mehr erlaubt sind. Gerade in Wahlkreisen mit wenigen Wahllokalen sind solche Mobile Voting Busses 2020 sehr, sehr wichtig gewesen in der Präsidentschafts- und Kongresswahlen im vergangenen Jahr. Es gibt hier ein Beispiel, ein ganz bekanntes Beispiel, Fulton County, wo man eben auch sieht, wie man über die Anzahl von Wahllokalen in einem Wahlkreis natürlich auch wählen, erleichtern und erschweren kann. Also wenn ihr die Zahlen der Wahllokale in einem Wahlkreis reduziert, habt ihr natürlich am Ende auch das Problem, dass die Leute viel mehr Zeit dafür aufwenden müssen, um wählen zu gehen. Und deshalb waren diese Mobile Voting Busses sehr, sehr wichtig. Und es ist nicht mehr erlaubt, und das ist etwas, was besonders für Aufruhr gesorgt hat, anstehenden WählerInnen Essen und Trinken zu reichen. Also das ist nicht mehr erlaubt. Und die Frage, warum das nicht mehr erlaubt ist, konnte bislang auch keiner wirklich richtig befriedigend beantworten. Interessant war auch, dass auf Fox News ein Interview mit dem mittlerweile berühmt- berüchtigten Lindsay Graham, dem Senator aus South Carolina stattfand, in dem er auch gefragt wurde, was er denn von dieser Regelung hält. Und er verteidigend bezüglich des gesamten Gesetzes, aber dann dort auch sagte, dass er überhaupt nicht weiß, was das eigentlich soll und welchen Sinn das machen sollte, aber sehr, sehr schnell das Thema gewechselt hat, weil das natürlich eben am Ende auch so verstanden werden konnte, dass er seine eigenen Parteikollegen in Georgia dort nicht versteht und auch dieser Entscheidung da nichts Positives abgewinnen kann. Die Änderung, jetzt kommen wir zur politischen Reaktion, werden von den Kritikerinnen und das ist vor allen Dingen die progressiv Linke natürlich sehr, sehr stark kritisiert, sehr, sehr stark angegriffen und es wird vor allen Dingen darauf zurückgeführt, dass die Niederlage Donald Trumps in Georgia gegen Joe Biden sowie die Verluste beider Senatssitze darauf zurückzuführen sind, dass man dieses Gesetz nun verändert hat und dass man demokratische WählerInnen von der Stimmenabgabe noch systematischer abhalten will. Das ist vor allen Dingen vor dem Hintergrund natürlich auch interessant und dann in Anführungsstrichen nachvollziehbar, wenn man eben weiß, dass das Erschweren des Wählens mit einem Stimmenvorteil für die Republikaner einhergeht. Die Konservative hingegen sehen eine extreme Übertreibung in der Aufregung und betonen vor allen Dingen die positiven Dinge, die Festschreibung beispielsweise dieser Dropbox Briefwahl ohne Begründung, dass man ja erstmal begründen muss, warum man eigentlich Briefwahl macht. Also die betonen vor allen Dingen das. Spannend ist diese gesamte Auseinandersetzung und da schließt sich der Kreis zu dem, was ich einleitend gesagt habe, vor dem Hintergrund, dass die Demokraten auf Bundesebene zwei Gesetzentwürfe verfolgen, die den Einzelstaaten viel, viel stärker die berühmten Leitplanken einziehen sollen mit Blick auf die einzelnen Wahlrechtsregelungen. Und das ist zum einen HR1, also For the People Act 2021, der bislang durch das Repräsentantenhaus gegangen ist, ganz klar entlang von Parteilinien 220 zu 210 Stimmen, 220 Demokraten gegen 210 Republikaner. Das ist das eine. Das andere ist der John Lewis Voting Rights Act, der schon aus dem vergangenen Kongress, dem 116. stammt, der auch damals im Repräsentantenhaus ja durchgegangen ist, dem zugestimmt wurde, der aber nie in den Senat eingebracht wurde, weil der Senat ja auch noch in republikanischer Hand zu dem Zeitpunkt war. Und deshalb hat man das auch gar nicht einbringen können und wollen, damit man eben dieses Gesetz oder diesen Gesetzentwurf am Ende vielleicht noch in diesem Kongress noch einmal aufnimmt. Beide Entwürfe würden Standards, wie schon gesagt, für alle 50 Bundesstaaten setzen und damit einige Regelungen beispielsweise auch in Georgia kippen. Und hier ist natürlich die Frage, ob die nötige Mehrheit im Senat überhaupt erreicht werden kann. Ich sehe das eher als unwahrscheinlich an unter den momentanen Mehrheitsregelungen. Die Demokraten müssten hierzu vielmehr die Axt an das letzte Blockade- Instrument, den sogenannten Filibuster, anlegen. Das heißt, es ist eine Mehrheitsanforderung auf dem Weg zur eigentlichen Gesetzesabstimmung, in der nämlich eine notwendige Mehrheit von 60 von den 100 Senatoren gebraucht wird, um die Debatte über das Gesetz zu beenden. Und hier gibt es schon länger die große Diskussion, ob dieses Blockade-Instrument, das ja immer stärker auch parteipolitisch Verwendung findet, nicht abgesenkt werden sollte, beispielsweise auf 51 Stimmen, also auf eine, ja in dem Fall absolute Mehrheit, die für die Demokraten eher möglich wären mit der Stimme von Vizepräsidentin und Präsidentin des Senats, Kamala Harris. Insgesamt, also wenn ich da so drauf schaue, muss ich sagen, das ist eine hochpolarisierte Debatte, in der natürlich vor allen Dingen in den Argumenten zwei Extreme immer wieder aufscheinen. Die Progressiv-Linke benutzt hier vor allen Dingen natürlich das Argument des Rassismus, das Argument eben der systematischen Verhinderung von Wahlrechten für bestimmte Minderheiten, die insbesondere eben auch die Demokratische Partei wählen. Hier wird auch eben beispielsweise nochmal die Jim-Crow- Gesetzgebung bemüht und gesagt, das wäre ganz ähnlich dazu, da werden wir auch ein paar Quellen noch in die Shownotes reinpacken, dazu, dass ihr euch darüber auch noch informieren könnt. Aber die Begründung der Republikaner für die Notwendigkeit von solchen Reformen überzeugt ebenso wenig, muss ich sagen. Interessanterweise verteidigen Republikaner wie Brett Ruffensperger, der sehr berühmt wurde nach der 2020er-Wahl in Georgia, indem er nämlich den Wahlprozess eins zu eins durchgezogen hat und immer wieder darauf hingewiesen hat, dass die Wahl 2020 im November in Georgia zu hundert Prozent sicher war. Auch er verteidigt diesen Gesetzentwurf und da stellt sich natürlich für mich die Frage, warum denn eigentlich dann jetzt? Also wenn die Wahl in Georgia so sicher war in 2020 und wir hatten ja auch von der Bundesseite die Äußerung, dass die Wahlen 2020 so sicher waren wie keine Wahl zuvor, dann stellt sich natürlich die Frage, ob es tatsächlich die Notwendigkeit gegeben hat, die Wahl sicherer zu gestalten oder ob nicht das Motiv dahinter vielmehr das war, wir haben gesehen, dass wir eine Wahl verlieren in Georgia, wir haben gesehen, dass wir im Nachgang keine Chance haben, dieses Wahlergebnis zu nullifizieren oder rückgängig zu machen oder so zu verändern, dass wir gewinnen können. Also müssen wir die Axt an der eigentlichen Regelung anlegen, um hier zumindest noch mal die Chance zu haben, wieder zu gewinnen und das sichern wir, indem wir bestimmte WählerInnen-Gruppen von der Wahl ausschließen oder es ihnen zumindest deutlich schwieriger machen. Ja und das zeigt eben, dass wir diese Debatte nicht nur in Georgia weiter führen werden, sondern wir werden sie in sehr, sehr vielen Bundesstaaten, vor allen Dingen in den Bundesstaaten führen, die republikanisch dominiert sind in deren einzelstaatlichen Kongress, aber beispielsweise in der vergangenen Wahl verloren haben, also die Republikaner verloren haben. Und da gibt es ja doch einige, die da jetzt die Axt anlegen werden in einzelnen Bundesstaaten und solange wir eben diesen Flickenteppich von 50 verschiedenen Wahlrechten haben, der eben ermöglicht auch wirklich extreme Veränderungen einzuführen, solange wird diese Diskussion auch auf bundes- wie auf einzelstaatlicher Ebene nicht aufhören. Und das war mein Deep Dive. Ich hoffe, das war für euch mal ganz spannend, in diese Wahlrechte und vor allen Dingen in die Diskussion darüber einzutauchen. Wie gesagt, alle Quellen sind in den Shownotes zu finden und auch noch weiterführende Literatur, falls ihr da Interesse habt. Absolut. Definitiv ein spannendes Thema, David. Vielen Dank. Auch ein sehr komplexes Thema. Das ist ja auch eine Herausforderung, das dann immer noch mal runterzubrechen auf unser Podcast-Format mit 50 Bundesstaaten, die alle ihre eigenen Wahlgesetze und Bestrebungen haben. Und es ist natürlich auch ein Thema, das wir weiter beobachten werden, dass wir auch aufgreifen werden in Veranstaltungen. Gerade auch, wenn wir uns jetzt anschauen, die Zwischenwahlen sind auch nicht mehr allzu weit entfernt. Und das wird hier alles natürlich dann noch eine große Rolle auch spielen. Und natürlich noch mal auch ein schöner Verweis, das Thema Phillybuster noch mal aufgegriffen. Wer sich hier für Details interessiert, in der dritten Podcast-Episode könnt ihr euch da noch mal alles rund um das Thema Phillybuster anhören. Jetzt aber genug geschafft. Wir kommen zum Ende, zu den Transatlantic Treats. Und ich habe einen Song mitgebracht dieses Mal. Denn in meinen Themenblöcken ging es ja heute in erster Linie um soziale Fragen. Passend dafür habe ich euch einen Song mitgebracht, dafür aber in dreifacher Ausführung. Und zwar handelt es sich um das Lied Which Side Are You On? aus dem Jahr 1931 von Florence Rees. Auf den Song bin ich aufmerksam geworden, auf einer unserer tollen Veranstaltungen der Reihe Musik und Politik, die wir mit der Friedhoff-Nanzen- Akademie in Ingelheim durchführen. Und ich muss aber ehrlich gestehen, ich erinnere mich nicht mehr genau, wer es mir empfohlen hat oder wer es im Vortrag hatte. Entweder Thomas oder Florian. Also Grüße gehen raus an beide und vielen Dank an dieser Stelle. Aber hier habe ich diesen Protest-Song das erste Mal kennengelernt. Kurz zur Geschichte. Es ist ein Gewerkschaftssong der Aktivistin Florence Reed. Deren Mann Sam war als Gewerkschafter für die United Mine Workers in Kentucky tätig. Und seine Gewerkschaft kämpfte damals gegen die Minenbesitzer in Harlan County. Und im Zuge dessen, im Zuge seiner Aktivitäten für die Gewerkschaft, wurde auch die Familie von ihm, von Florence Reed, terrorisiert. Als Reaktion schrieb sie diesen Song, die Melodie basiert auf einem bekannten Kirchenlied. Laut einigen Berichten hatte sie den Song vorher schon geschrieben und hat ihn dann im Zuge der Ereignisse 1931 noch einmal überarbeitet. So oder so ein sehr eingängiges Lied. Und gerade auch, wenn wir an diese Zeit denken, an den Kontext, also Weltwirtschaftskrise, viele Kohlearbeiter konnten damals ihre Familie nicht mehr ernähren und zu allem Überfluss sollte es in Harlan County dann auch noch zu Lohnkürzungen kommen, dann kann man sich vorstellen, ja, was dieses Lied alles so beeinflusst hat. Bekannt wurde der Song in erster Linie auch durch die, ja, durch die Interpretation von Pete Seeger und den Almanac-Singers später. Die haben es populär gemacht. Die Stimme nämlich von Florence Rees, wir haben euch das Original auch verlinkt, ist meiner Ansicht nach sehr cool, aber schon etwas ungewöhnlich. Aber ich empfehle euch auf alle Fälle, hört euch zuerst das Original an, wenn Florence Rees dann singt. Oh workers, can you stand it? Oh tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Also alles schon sehr aufrührerisch und auch, ja, sehr gute Texteilen, wie ich finde. Der Song schon erwähnt, es wurde vielfach interpretiert. Neben dem Original habe ich euch noch meine beiden Lieblingsversionen verlinkt und zwar Sorry Pete Seeger, du hast es nicht unter die Top 3 hier geschafft und zwar von den Dropkick Murphys und Natalie Merchant. Das sind nämlich zwei sehr unterschiedliche Interpretationen. Also bei den Dropkick Murphys einmal eine sehr krawallige, rockige Nummer, danach ist man sofort bereit zum Gewerkschaftskampf und einmal ein eher dramatischer, stillerer Aufruf zum Protest von Natalie Merchant. Aber ganz allgemein, ich möchte sagen, es ist nicht nur ein Lied für GewerkschaftlerInnen, sondern natürlich auch für alle MusikliebhaberInnen, SchülerInnen und eigentlich alle. Ich wünsche also viel Spaß mit den Songs. Ja, wunderbar, die höre ich mir jetzt auch mal an. Das finde ich auch mal ganz spannend. Sehr gut. Ja, angesichts dessen, dass wir nun die Stunde auch wieder gerissen haben, haben wir es durchschritten. Wir belassen es heute bei einem transatlantischen Treat. Das war Folge 5 unseres Podcasts Amerikas Verfassung Politik und Gesellschaft in den USA. Wir würden uns freuen, wenn die von uns besprochenen News und Vertiefungen für euch interessant waren. Ihr findet den Podcast auf unserer Website unter www.atlantische-akademie.de slash podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder von wo ihr sonst eure Podcasts bezieht. Gerne könnt ihr auch einen Kommentar und am besten eine positive Bewertung beispielsweise bei Apple Podcasts hinterlassen. Wenn ihr Themen habt, über die wir einmal sprechen sollten, dann könnt ihr auch auf unserer Website das Feedback-Formular verwenden. Wir freuen uns auf Folge 6 und wünschen euch bis dahin eine entspannte Osterzeit und vor allem Gesundheit. Genau, kommt gut durch die Ostertage und immer schön dran denken. Die Ostergeschenke am besten lokal und vor Ort einkaufen.